ja moin ihr lieben bildbearbeitung in und mit lumina neo heute wieder thema dieses videos und ich möchte gerne an mein letztes bildbearbeitungs video anknüpfen da habe ich zwei bilder bearbeitet habe beide bilder einer grundbearbeitung unterzogen und habe dann unter diesem video die frage gestellt bekommen von einem zuschauer warum ich denn nicht einfach copy and paste gemacht habe warum ich also nicht einmal ein bild grund bearbeitet habe und diese einstellung auf das zweite bild einfach übertragen habe fand ich eine sehr interessante frage denn das ist nicht immer ganz frei von tücken und das möchte ich euch in diesem video ganz gerne ein bisschen genauer zeigen und damit noch mal herzlich willkommen ihr lieben zu diesem video wo es heute wieder um bildbearbeitung in lumina neo gehen soll und ich habe es eben schon gesagt ich möchte anknüpfen an mein letztes bildbearbeitungs video nehme mir auch die gleichen bilder wieder vor wie beim letzten mal zeige euch aber warum ich nicht copy and paste verwendet habe was meine ich mit copy and paste lumina neo bietet natürlich wie jedes andere gute bildbearbeitungs programm auch die möglichkeit einstellungen die ich auf einem bild vorgenommen habe auf viele andere bilder zu übertragen und somit lässt sich natürlich auch eine ganze bilderserie mit einem klick bearbeiten was überwiegend gut funktioniert gar keine frage aber manchmal eben nicht ganz frei von tücken ist und das möchte ich euch in diesem video zeigen möchte euch natürlich auch erklären wie ihr das vermeiden könnt oder wenn es dann eben doch passiert ist wie man es beheben kann wenn ihr jetzt das erste mal hier auf diesem kanal gelandet seid und noch kein bildbearbeitungs video von mir gesehen habt kann ich euch meine playliste zum thema bildbearbeitung gerne wärmstens empfehlen vorrangig geht es da um lumina neo bisschen lightroom ist auch mal mit dabei oder radiant foto aber lumina neo ist mein bildbearbeitungs programm der ersten wahl und ich versuche regelmäßig so circa alle zwei wochen ein bildbearbeitungs video online zu stellen wenn ihr zukünftig keins mehr verpassen wollt dann abonniert gerne diesen kanal und drückt die glocke dann werdet ihr nämlich informiert wenn das nächste video online geht und wenn ihr während des videos vielleicht bock habt lumina neo mal auszuprobieren in der video beschreibung gibt es einen affiliate link und da führt euch zu lumina neo und ein rabattcode steht ebenfalls mit dabei da bekommt ihr das ganze ein bisschen vergünstigt ich bekomme dafür eine kleine provision für euch wird es aber nicht teurer denn durch den rabattcode sogar eher günstiger und so ja ist das eine win win situation haben alle was davon ja und jetzt würde ich mal vorschlagen spanne ich euch gar nicht länger auf die folter sondern nehme euch jetzt mal mit auf den rechner und zeige euch anhand der beiden bilder vom letzten mal welche tücken es geben kann wenn wir mit copy and paste arbeiten und damit sind wir jetzt hier also auf meinen rechner gehüpft um die beiden bilder soll es heute noch mal gehen sind die gleichen wie ich sie beim letzten mal schon genommen habe aber da kann ich euch sehr sehr gut zeigen weil unter diesem video vom letzten mal gab es auch den entsprechenden kommentar warum ich da nicht einfach mit copy and paste arbeiten konnte wir sehen die lichtstimmung bei beiden bildern zumindest mal ähnlich war auch an der gleichen location aber anderer bildausschnitt also von daher können wir trotzdem eigentlich mit den einstellungen die wir hier vornehmen auf diesem bild arbeiten und ich zeige euch da den kleinen fallstrick dabei ich werde jetzt noch mal schnell eine grundbearbeitung vornehmen ich würde euch empfehlen vielleicht die trotzdem noch mal schnell anzuschauen ich mache es auch ganz kurz erklärt in diesem video nicht so viel was ich denn mache da in der grundbearbeitung dafür welche neu ist wer sich vielleicht das erste mal so ein video von mir anschaut es gibt noch viele weitere videos zum thema lumina neo in der playliste und da erkläre ich das ein bisschen intensiver jetzt werde ich mich hier mal so ein bisschen schnell durchmogeln denn wie ich das ganze in der grundbearbeitung bearbeitet habe habe ich aber im letzten mal schon gezeigt ich erhöhe mich die belichtung auf jeden fall erstmal ein bisschen dass ich in dem bild auch was sehe den intelligenten kontrast hebe ich mir ein bisschen an die schwarztöne hebe ich mir ein bisschen an ebenfalls wieder vor dem hintergrund dass ich in dem bild auch was sehe beziehungsweise waren das jetzt im prinzip die schatten die schwarztöne die haben wir jetzt habe ich mich hier ein bisschen an im bereich farbe erhöhe ich mir die dynamik im bereich schärfe das bild muss ich nachschärfen weil es ist ein robot das sollte man immer ein bisschen nachschärfen im bereich rausch unterdrückung mache ich mir hier bei beiden luminanz und farbrausch unterdrückung entsprechend den regler auch an und in der optik setze ich meine drei häkchen damit auch dies korrigiert wird dann sind wir im bereich entwickeln erst mal durch bereich verstärken sie ein sehr mächtiges tool in lumina neo weil ein kleines tool eigentlich mit sehr großer wirkung habe ich mir die akzente an und wert auch den himmel auf den gleichen wert ebenfalls rauf setzen dann gehe ich in den bereich der struktur maskieren und werde mir jetzt den himmel maskieren nicht weil ich dem himmel jetzt mehr struktur verleihen möchte sogar ganz im gegenteil ich gehe wieder auf maskieren er sage invertieren und wenn ich mir das dann anzeige ist alles maskiert was nicht der himmel ist und jetzt kann ich meine eigentliche anpassung vornehmen und hier möchte ich ehrlich gesagt ordentlich struktur einballern ruhig auf so wert von 50 würde ich vielleicht normalerweise nicht machen ich mache das jetzt aber hier mit absicht dann wird nämlich das was wir im zweiten bild sehen gleich umso deutlicher und ich werde mir das was ich jetzt hier im prinzip mit struktur versehen habe auch noch mal verstärken auf zum wert von 21 also ganz besonders schön kommt hier natürlich dieser kleine steg zur geltung aber wir bekommen natürlich auch hier wesentlich mehr struktur in das grün im himmel möchte ich nicht haben weil dann würden die wolken nämlich ein bisschen doof aussehen das mag ich dann nicht im bereich farbe gehe ich im bereich hsl in die sättigung und werde mir das blau ein bisschen zurückdrehen weil das wird sonst vielleicht ein ticken zu unrealistisch und deswegen ziehe ich mir den blauwert hier ein bisschen runter so wert von minus 25 sollte da ausreichen dann gehen wir in die details die hebe ich mir auch alle ähnlichen wert an oder so 20 wert das hat sich für mich eigentlich bewährt zumindest mal seltenst geschadet dann bereich landschaft unter bereich landschaft ich werde mir den dunst von dem bild ein bisschen entfernen ich mache so ein wert von 16 wenn man da auch vorher nachher dann sehen wir auch wir kriegen hier sogar noch mal ein bisschen abdunklung in den himmel und das passt einfach ziemlich gut und goldene stunde hebe ich mich ja auch an kann ruhig ein bisschen farbe ins bild kommen das werden wir gleich noch mal ein bisschen nach korrigieren dann gehe ich in den kreativ bereich leuchten mein geliebter orten effekt weichzeichner der darf hier auf diesem bild natürlich auch nicht fehlen gebe ich mir ein bisschen an so ein wert von 10 das ist vollkommen in ordnung und dann gehe ich in den bereich professionals in die farbharmonie hebe mir den glanz auf dem bild ein kleines bisschen an mache es jetzt aber nicht wärmer sondern sie ist mir eher ein bisschen ins kühle rein dadurch verstärke ich zwar das blau auch wieder aber dadurch dass das eben schon ein bisschen zurückgedreht haben passt das jetzt so eigentlich ziemlich gut damit ist die grundbearbeitung im prinzip abgeschlossen wenn ich mir das clipping an mache sehe ich bin hier noch ein bisschen zu hell da gehe ich noch mal in den bereich entwickeln ziehe die lichter einfach noch mal ein bisschen runter dann passt das soweit das ist vollkommen ausreichend und was mich jetzt hier an dem bild stört ist es ist jetzt hier ein bisschen zu viel gelb da gehe ich hier in den bereich farbe hsl sättigung noch mal in das gelb hinein und ziehe mir das hier so ein bisschen bisschen weg natürlich nicht zu sehr das sollte vollkommen ausreichend das ist in ordnung und was ich jetzt zum schluss noch mache ich werfe den radierer an weil das hier oben das hat mich beim letzten mal schon gestört hat auch beim letzten mal nicht auf Anhieb funktioniert wird wahrscheinlich auch jetzt auf Anhieb wieder nicht funktionieren irgendwie tut sich Luminar Neo da ein bisschen schwer hat auch dieses mal nicht auf Anhieb funktioniert ich glaube beim letzten mal musste ich auch dreimal drüber gehen und dann war es gut so auch jetzt und damit ist die grundbearbeitung definitiv abgeschlossen und auch die bearbeitung von diesem bild an sich von hier sind wir gekommen hier sind wir jetzt und das ist für mich jetzt eine bearbeitung wo ich sage super die kann ich doch auch auf das zweite bild übernehmen schauen wir uns mal an was dann passiert hier rechtsklick anpassungen kopieren hier rechtsklick anpassungen einfügen geht natürlich auch ihr seht ja hier mit steuerung c und steuerung v oder control c control v je nachdem ob ihr ein mac habt oder oder windows rechner dann passiert sowohl das eine oder das andere oder vielmehr passt so das ist die anpassung die er jetzt vorgenommen hat jetzt gehen wir in dieses bild mal rein jetzt kann man natürlich im ersten moment sagen okay das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr sehr bunt wobei hier die farbstimmung wir warten natürlich erstmal bis sich das bild komplett aufgebaut hat bevor ich euch hier mehr erzähle so sieht schon besser aus die farbstimmung hier in diesem bild war natürlich insgesamt auch schon viel viel intensiver das ist klar aber insgesamt ja wie gesagt können wir an der sättigung ja noch ein bisschen zurückdrehen jetzt wurde ich ja gefragt warum ich das beim letzten mal nicht schon so gemacht habe mit copy and paste und da kommen wir jetzt zu einem problem und vielleicht sieht es der eine oder andere auch schon wir haben hier plötzlich eine art von ghosting im bild das war so natürlich nicht haben wollen und wir haben auch hier ich weiß jetzt nur nicht wie gut das durch die youtube kompression dann noch zu erkennen ist auch warten wir mal bis sich das bild richtig aufgebaut hat wir haben hier aber auf jeden fall auch schlieren drin die wir so normalerweise nicht haben das bild wird jetzt noch mal so schon besser das passt nicht so ganz hundertprozentig das was jetzt hier so durch die luft flog habe ich beim letzten mal schon raus radiert das war ein bisschen windig dort aber wie gesagt dieses ghosting hier das kann auftauchen wenn wir da mit diesem copy and paste verfahren arbeiten und ich habe das vorher natürlich auch schon mal getestet bei diesen beiden bildern da hatte ich hier auch auf einmal einen streifen auf dem steg den habe ich jetzt nicht gott sei dank aber so was ist denn jetzt passiert wir haben beim ersten bild mit maskierungen gearbeitet und alle änderungen die wir im ersten bild vorgenommen haben sind hier hier auch neben den werkzeugen im bereich änderungen im prinzip präsent und das geht hier ganz speziell um den bereich struktur weil da haben wir mit einer maskierung gearbeitet und wenn ich die jetzt noch mal ausblende dann sehen wir nämlich was passiert natürlich klar die struktur vom gesamten bild wird weggenommen aber auch dieses ghosting verschwindet dann und das ist halt ein grund warum wenn man mit copy and paste arbeitet man da trotzdem immer noch schauen sollte ob das dann alles passt oder ob man da eventuell solche ghosting effekte irgendwie mit reinbekommen hat weil wir sehen es auch hier wir haben den himmel ja eigentlich gar nicht mit maskiert gehabt aber trotzdem ist diese stelle jetzt dort vom himmel dann mit betroffen und wie kann man das umgehen zum einen wäre die möglichkeit gewesen auf eine maskierung oder auf das maskierungstool im ersten bild zu verzichten die einstellung zu kopieren und danach eine maskierung hinzuzufügen so dass ich aber zumindest mal die kopierten einstellungen ohne maskierungstools habe oder ich weiß ja ich habe diesen bild nur bereich struktur maskiert ich ziehe mir das jetzt hier raus aus dem bild habe es also gelöscht alle anderen änderungen bleiben aber natürlich erhalten und setze mir dann hier die struktur für dieses bild einfach nochmal komplett neu rein und zwar genau so wie ich es im ersten bild auch gemacht habe ich maskiere mir wieder den himmel ich sage wieder invertieren dass mir das sichert mal anzeigen sodass ich weiß es ist alles maskiert außer der himmel und packe mir dann hier entsprechend die struktur rein ruhig auf so ein wert wie was auch eben gerade hatten verstärkt mir das alles auch nochmal ganz ordentlich so und dann passt das wieder dann habe ich hier auf diesem bild also auch die struktur drauf wobei sie jetzt hier auch auf dem wasser gar nicht so gut passen würde wie beim ersten bild weil wir hier eben mehr zeichnung im himmel und damit auch mehr zeichnung im wasser haben aber zumindest mal das ghosting hier ist weg deswegen also mein hinweis an euch mein kleiner tipp achtet bei copy and paste da ein bisschen darauf dass das ganze passt und kontrolliert die bilder auf jeden fall nochmal nach so ihr lieben jetzt habt ihr also gesehen auf was ihr achten müsst wenn ihr bilder aus einer bilder serie nehmt und dort copy and paste anwendet also ein einstellung von einem bild auf die anderen bilder übertragen das funktioniert super wenn ihr den gleichen bildausschnitt habt ich fotografiere sehr sehr oft vom stativ und habe dann viele bilder wirklich mit dem gleichen bildausschnitt da lässt sich das super anwenden aber wenn ihr den bildwinkel etwas verändert wenn ihr die brennweite etwas verändert dann kann es zu problemen kommen ist nicht immer so muss man ganz klar mit dazu sagen bei den meisten bildern klappt es auch ohne probleme aber vielleicht habt ihr diese probleme auch wirklich selbst schon mal gehabt und dann wisst ihr jetzt woran es liegt wie es vermeiden könnt oder im zweifelsfall wie es beheben könnt und dann hatte dieses video vielleicht für euch einen echten mehrwert ich wiederhole es gerne nochmal wenn ihr bock habt lumina neo mal zu testen in der video beschreibung gibt es einen link zu lumina neo und einen rabattcode dazu und ihr könnt das ganze programm auch 30 tage lang testen wenn ihr in den 30 tagen merkt es ist doch nichts für euch dann gibt es das geld zu zurück das funktioniert bei skylam problemlos ja wie gesagt ich hoffe mal das video hat euch weiter geholfen und ihr habt bock auf weitere videos wenn ihr meine playlist zum thema bildbearbeitung noch nicht kennt empfehle ich die euch auch noch mal wärmstens und sonst bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen dass ich hoffe dass wir uns in einem meiner nächsten videos wiedersehen und bis dahin wünsche ich euch ganz ganz viel spaß mit eurer fotografie und noch noch viel mehr spaß mit eurer bildbearbeitung immer schön kreativ sein in diesem sinne ihr lieben bis zum nächsten mal macht's gut ciao